Okay, mal sehen, was der letzte Schrei in der Energieforschung ist. Diese Windturbinen sind klein, aber oho. Werden sie in Höhenströmungen eingesetzt, sind sie eine potenziell autarke Quelle sauberer Energie. Später fliegen sie zu einer Dockingstation. Aber jetzt möchten wir sie für einen ersten Probelauf platzieren. Mit den Netzflügeln sollte ich damit auf die richtige Höhe kommen. Man nennt das nicht umsonst, Brooklyn Heights. Und ab geht's! Ha, die Netzflügel allein geben nicht genug Auftrieb. Ein kleiner Schub noch. Die Kreuzung Cod und Montague ist superwindig. Ich habe oft Papiere verloren, wenn ich da durchgegangen bin. Nutzen wir das als natürlichen Windkanal. Auf, auf und davon! Das ist echt hoch! Flieg frei, kleine Turbine! Kabam! Noch eine! Na also! Toll! Alle erfolgreich gestartet! Ich mach mich! Eine Turbine ist beschädigt? Was? Wie? Das muss ich mir ansehen! Ich muss da rauf! Fangdrohnen greifen die Turbine an! Ich muss sie aufhalten! Wir schon wieder? Müssen wir uns immer über den Weg laufen? Komm uns nicht in die Quere, dann tun wir das nicht! Na, echt? Ich bin euch im Weg? Das hast du! Okay, das waren alle! Ich muss die Turbine zurück an ihren Platz bringen! Da! Alles läuft wieder! Dr. Nguyen sollte dringend eine Art Turbinen-Security für die Dinge einrichten!